Musik Na denn, Prost! Prost, Papa! So, es ist noch nicht unsere Kirchentour, die irgendwann kommen wird, aber Trödel-Tour geht ein bisschen weiter, also nicht Trödel, aber hier in Assen soll so ein Spielzeugladen sein, der vor exakt drei Minuten aufgemacht hat, also den gibt es wohl schon seit Jahren, aber er hat jetzt gerade die Geschäftszeiten eröffnet, wir gehen da mal gucken, vielleicht dürfen wir da filmen, ansonsten berichten wir gleich, was es da so schönes gibt, ne? Und jetzt hier, guckt euch nochmal die Kirche an, da seht ihr auch, kurz nach 10. Hier geht es sogar richtig. Ja, und der Himmel wird blau, aber ich gehe gleich eh mit dem Arsch ins Bett, nein, ich muss Videos schneiden, wie die letzten fünf Tage. Ja, ich sag mal, das sieht gut aus, da drin steht alles voll mit so aufgebaut und so, sehe ich gerade schon, hoffentlich dürfen wir das filmen. Assen nach Spielwaren, total geil, wir gehen mal rein, Hammer, Hammer. Ja, wir freuen uns, wir dürfen ein bisschen filmen, guck mal, hier kriegst du eine alte Fosse. Oh, das schöne Wälder, Zuckerling. Jetzt müssen wir Geld ausgeben, das hilft dir alles nichts. Geil. Ich hab schon was geguckt. Ach, guck mal, hier noch ein Fortis Ad Ad Driver. Und das mitten dem Monat. Luke noch. Ja, jetzt geht hier der DSD. Oh, guck mal. Der DSD findet schon wieder Star Wars Sachen. Ich hört wahnsinnig, ey. Ja, Leute, auf nach Asseln, auf nach Asseln, Alter, hier könnt ihr auf jeden Fall noch... Guck mal, Black Series hier oben noch ein paar, Hammer. Hier stehen auch die neuen Waves rum, was haben wir hier, Pistow, Hordak, Stratos, Merman, den neuen Beastman, den neuen Webstore, die Webstore muss ich natürlich... Ach, jau, guck mal. Ja, ja, sicherlich, sicherlich, den nehme ich auf jeden Fall nicht. So, der Minister kauft gleich einen, soweit ist schon, ich gehe mal nach vorne, guckt euch das mal an, das ist ja der Hammer hier, ey. Ja, sowas gibt es viel zu selten mittlerweile in den Spielzeugläden, dass das alles schön ausgestellt ist, guckt mal. Ich werde bekloppt, ey. Ach, ist das schön. Geil, Alter. Boah. Das ist ja der Knaller, ey. Das ist ja unglaublich. Das ist ja der Knaller, ey. Jeder will, wie ich... Wie ist ja der Knaller, ey. Das ist ja ... Warte, wenn du, wie wir ... Ja, deine Knaller, ey. Das ist ja schön, ey. Ich bin doch gar nicht. Ja, ich bin doch gar nicht. Und dann, wir haben wir einen narrativ- und dringendienst. Bis zum nächsten Mal. ...? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.